Ich lerne Deutsch. Nummer 1316. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Einige Rollstuhlfahrer können auch das Bogenschießen erlernen. Es ist jedoch viel Übung erforderlich. Einige Rollstuhlfahrer können auch das Bogenschießen erlernen. Die Steine sind auf der Baustelle gestapelt. Sie kommen morgen zum Einsatz. Ich bin überrascht, dass das Ergebnis so gut geworden ist. Ich bin überrascht, dass das Ergebnis so gut geworden ist. Ich bin überrascht, dass das Ergebnis so gut geworden ist. In diesem Gebäude konnte ich kurzfristig Büroräume für das Team anmieten. In diesem Gebäude konnte ich kurzfristig Büroräume für das Team anmieten. Warmes Wetter und Wind am Strand. Ich kann es mir nicht besser vorstellen. Warmes Wetter und Wind am Strand. Ich kann es mir nicht besser vorstellen. Mein Vater hat ein Flugzeug aus Holz gebaut. Mein Vater hat ein Flugzeug aus Holz gebaut. Mein Vater hat ein Flugzeug aus Holz gebaut. Ich fotografiere den Sonnenuntergang mit meinem Smartphone. Ich fotografiere den Sonnenuntergang mit meinem Smartphone. Im heutigen Podcast geht es um das einfache Lernen von Sprachen durch Videos. Besuchen wir heute den Berliner Fernsehturm? Wenn du eine Frage hast, dann kannst du dich jederzeit an mich wenden. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Meine Einkaufsliste ist auf meinem Smartphone. Habe ich etwas vergessen? Meine Einkaufsliste ist auf meinem Smartphone. Habe ich etwas vergessen? Wir haben eine große Auswahl an verschiedenen Gläsern für jeden Einsatzzweck. Wir haben eine große Auswahl an verschiedenen Gläsern für jeden Einsatzzweck. Ich empfehle diese Brille mit leichtem Rahmen und Kunststoffgläsern. Ich empfehle diese Brille mit leichtem Rahmen und Kunststoffgläsern. Ich empfehle diese Brille mit leichtem Rahmen und Kunststoffgläsern. Ich empfehle diese Brille mit leichtem Rahmen und Kunststoffgläsern. Endlich ist es Realität geworden. Wir ziehen in unser eigenes Haus. Wir ziehen in unser eigenes Haus. Rolf verließ die Praxis sehr schnell und vergaß dabei sogar seine Brille. Rolf verließ die Praxis sehr schnell und vergaß dabei sogar seine Brille. Die Erdbeeren stammen aus meinem eigenen Garten und schmecken süß. Die Erdbeeren stammen aus meinem eigenen Garten und schmecken süß. Die Erdbeeren stammen aus meinem eigenen Garten und schmecken süß. Es ist so schön, nach der langen Zeit im Ausland endlich wieder bei dir zu sein. Es ist so schön, nach der langen Zeit im Ausland endlich wieder bei dir zu sein. Unsere persönliche Situation hat sich deutlich verbessert. Unsere persönliche Situation hat sich deutlich verbessert. Wir haben wieder gemeinsame Interessen. Beim Motorradfahren steht die Sicherheit für mich an erster Stelle. Beim Motorradfahren steht die Sicherheit für mich an erster Stelle. Beim Motorradfahren steht die Sicherheit für mich an erster Stelle. Die Familie ist schon nach vier Wochen in ihr neues Haus eingezogen. Die Familie ist schon nach vier Wochen in ihr neues Haus eingezogen. Ich habe es geschafft, meine Leistung um mehr als eine Sekunde zu verbessern. Ich habe es geschafft, meine Leistung um mehr als eine Sekunde zu verbessern. Vielleicht hilft diese Tablette gegen mein Fieber und meine Kopfschmerzen. Vielleicht hilft diese Tablette gegen mein Fieber und meine Kopfschmerzen. Vielleicht hilft diese Tablette gegen mein Fieber und meine Kopfschmerzen. Und gib uns bitte ein Like. Ich weiße dir nicht mehr. Ich bin einfach so gut eine Professional Kine für einige Hilart. Ich werde mich noch nicht traur, oder? Ich werde mich noch einmal befindet. Ich hoffe für mich in poison. Jeder wird die einfache Connection über mich. Ich werde mich nание über mich, понял ich beschesehen. Ich 머� 있습니다! Untertitelung des ZDF, 2020